Hi Leute, heute gibt es ein weiteres Unboxing für euch, heute mit richtig schönen Produkten und zwar von der Firma Funke. Die erste Batterie ist eine schöne Fächerbatterie Funke Snowblind Z1. Hat 56 Schuss und ist wie gesagt eine Fächerbatterie. Das ist natürlich alles F2, also normales Silvesterfeuerwerk. Dann haben wir hier die schönen Sirenenraketen. Kennen viele wahrscheinlich auch schon. Sind wirklich absolut mega. Richtig heftige Kreisch- oder Heulraketen. Also heftiger geht es fast gar nicht. Und anschließend halt noch ein richtig schönes Bouquet mit lautem Knall, wie bei normalen Silvesterraketen. Dann geht es weiter. Dann haben wir wieder eine Batterie und zwar ist das die Snowblind 25S. Also das ist das gleiche wie die Snowblind Z1, nur halt hier nicht gefächert, sondern eine normale Batterie, die gerade aufsteigt. Also auch mit Crackling-Feuertopf und Crackling-Bouquet. Dann habe ich hier noch die Funke Gold Blue. Also eine richtig schöne Gold-Batterie mit blauen Sternen. Kostenpunkt von dieser ca. 6,50 Euro. Dann habe ich hier so eine Art Salud-Batterie und zwar die Funke Scala S25B. Die hat Peony-Bouquets, aber mit einem richtig schön kräftigen Titan-Zerleger. Also richtig, richtig geil. Von dieser Batterie habe ich sieben Stück gekauft. Preis hier ca. 11 bis 12 Euro. Und dann habe ich hier noch die letzte Batterie und zwar die Funke Gold Palm Blue Z1. Also wieder ein richtig geiler, großer Fächer-Cake. Auch recht teuer, ca. 32, 33 Euro. 20 Millimeter Kaliber und auch wieder hier 56 Schuss. Hier habe ich alles nochmal schön für euch aufgelistet von meiner kompletten Bestellung bei PyroWeb. Und ja, also einmal die Gold Blue, dann die Snow Blind 25S, dann haben wir die Gold Palm Blue Z1, die Snow Blind Z1, zweimal die Sirenenraketen und siebenmal die Salud-Batterie Scala S25B. Ich hoffe, dass euch dieses Unboxing auch wieder gefallen hat. Lasst einfach einen Kommentar da oder ein Like. Wir sehen uns beim nächsten Mal.